Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Arburg. Herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe der PLAS TV News. Wir berichten über Aktuelles aus der Kunststoffbranche. Mein Name ist Guido Marschall. Maschinenexporteure spürten Gegenwind zum Jahresende. Die Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus in Deutschland verzeichneten im vierten Quartal 2023 den Rückgang ihrer Ausfuhren. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes betrug das Minus nominal 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit setzte sich die im Jahresverlauf spürbar nachlassende Exportdynamik fort. Für das Gesamtjahr 2023 ergibt sich aber immer noch gegenüber 2022 ein Exportplus von nominal 5,9 Prozent. Kunststoffverpackungsindustrie schwankt zwischen Rezession und Resilienz. Das Jahr 2023 war ein schwieriges für die deutsche Kunststoffverpackungsindustrie. Die GVM, Branchenstatistik Kunststoffverpackungen, weist insgesamt einen Produktionsrückgang von 10 Prozent auf 3,8 Millionen Tonnen aus. Dies führte zu einem Umsatzrückgang von 7,7 Prozent auf 16,8 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Der wesentliche Grund für die negativen Entwicklungen liegt in der anhaltenden Nachfrageschwäche der wichtigsten Kundenindustrien. Der Ausblick auf das Gesamtjahr 2024 verspricht keine spürbare Verbesserung. Kritische Zeiten für Beschäftigte im Maschinen- und Anlagenbau Im Maschinen- und Anlagenbau, dem größten industriellen Arbeitgeber in Deutschland, waren zum Jahresende 2023 insgesamt 1,03 Millionen Mitarbeiter beschäftigt. Zwar sind in dieser Schlüsselbranche trotz Konjunkturflaute im Jahresverlauf noch 13.600 Stellen entstanden, der Beschäftigtenaufbau hätte jedoch stärker ausfallen können. Laut VDMA wäre es für dieses Jahr bereits ein Erfolg, wenn es den Unternehmen gelingt, ihre Stammbelegschaft zu halten. Kunststoffverarbeitende Industrie fordert Wachstumsagenda für Deutschland Der Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie zieht eine durchwachsende Bilanz des vergangenen Jahres. Sie verzeichnete für das Jahr 2023 schrumpfende Umsätze. Auch die Geschäftserwartungen der Unternehmen für das laufende Jahr sind verhalten. Die Ursache für den Umsatzrückgang sieht der Verband in den aktuell ungünstigen Rahmenbedingungen für die deutsche Industrie und fordert daher von der Politik eine Wachstumsagenda für Deutschland. Arburg veranstaltet Technologietage im März Vom 13. bis 16. März finden in Losburg wieder die jährlichen Technologietage des Spritzgießmaschinenherstellers Arburg statt. Die Veranstaltung zeigt bereits seit 25 Jahren die Highlights aus dem Produktportfolio des Unternehmens und erlaubt den geladenen Besuchern tiefe Einblicke in die Welt des Spritzgießens. Expertenfachvorträge, Werksführungen und die neue Arburg Solution World zählen zu den Top-Themen. Das waren die Plast TV News für dieses Mal. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017